Hallo liebe Anleger und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Robin und dieses Mal werfen wir einen genaueren Blick auf die aktuell spannendsten Moonshot-Projekte von Elphabit. In diesem Video stellen wir euch nicht nur die spannendsten Projekte grundsätzlich vor, sondern schauen auch ein wenig hinter den Vorhang und klären die Fragen, was sind überhaupt die Moonshot-Projekte von Elphabit und warum verfolgen sie diese? Der Ursprung des Moonshot-Projekts geht zurück auf eine Rede von John F. Kennedy im Jahr 1962. Damals gab er zum ersten Mal öffentlich das Ziel aus, bis zum Ende der 1960er Jahre einen Menschen auf den Mond bringen zu wollen. Schlussendlich gelang es den Amerikanern dann ja auch im Jahr 1969, dieses Ziel zu erreichen. Der eigentliche Fortschritt war jedoch nicht nur die Erfüllung dieses Ziels, sondern dass viele Branchen in Amerika durch das Projekt motiviert wurden und neue und innovative Ideen zu entwickeln. Unter anderem gilt die Mondmission als wichtiger Grundpfeiler für das Entstehen des heutigen Silicon Valley. Noch einmal ganz simpel gesagt, es wurde sich ein fast unerreichbares Ziel gesetzt, welches dann erreicht wurde, weil wirklich ein ganzes Land mit viel Einsatz an einem Strang gezogen hat. Und genau dabei geht es bei den Moonshot-Projekten und der Denkweise dahinter auch heute noch. Moonshot-Projekte weisen immer drei Merkmale auf. Zu allererst muss ein wirklich großes und ungelöstes Problem bestehen, welches Milliarden Menschen auf der ganzen Welt betrifft. Anschließend muss es eine Idee geben, welche zum einen dieses Problem lösen könnte und zum anderen zum Zeitpunkt des Entwicklungsstaats neu und fast schon unerreichbar scheint. Das dritte Merkmal ist dann, dass es eine theoretische Möglichkeit geben muss, mit einem technologischen Durchbruch im kommenden Jahrzehnt das Projekt wirklich zum Durchbruch führen zu können. Alphabet hat ein eigenes Tochterunternehmen gegründet, um an solchen Moonshot-Projekten zu arbeiten. Dieses wurde bereits 2010 als Google X gegründet und heißt mittlerweile nur noch X-Company. Unter dem Namen der X-Company werden alle Moonshot-Projekte entwickelt. Falls sie dann tatsächlich den Durchbruch schaffen, werden sie zu eigenständigen Unternehmen oder anderweitig in den Alphabet-Konzern eingegliedert. Ein paar Beispiele der Vergangenheit sind hier das Indoor-Mapping, welches mittlerweile in Google Maps integriert wurde, das heutige Google Brain, welches durch Deep Learning heute jede Google Suchanfrage und Übersetzung optimiert, oder auch die 2013 auf den Markt gebrachten Google Glasses, welche zwar nicht mehr an private Verbraucher verkauft werden, aber noch heute in einer weiterentwickelten Version eine wichtige Rolle in verschiedenen Industrien spielen. Ich glaube, jetzt ist klar geworden, was Moonshot-Projekte sind, deshalb lasst uns jetzt mal die aktuell spannendsten Projekte von Alphabet anschauen. Das in der Öffentlichkeit wohl bekannteste Projekt von der Alphabet Moonshot Factory ist wohl Waymo. In diesem Projekt geht es darum, selbstfahrende Autos zu entwickeln. Das grundsätzliche Ziel ist vor allem die Sicherheit zu erhöhen. Weltweit sterben 1,25 Millionen Menschen pro Jahr nur bei Autounfällen. 94 Prozent dieser Unfälle sind auf menschliche Fehler zurückzuführen. Ein selbstfahrendes Auto könnte diese Zahl deutlich verringern und dadurch das Autofahren deutlich sicherer machen. Heute ist das Thema autonomes Fahren natürlich kein wirklicher Moonshot mehr. Längst arbeiten alle großen Automobilhersteller an ähnlichen Projekten und die Umsetzung ist mittlerweile technisch wohl machbar. Nur die regulatorischen Hürden werden die Markteinführung wohl noch auf Jahre zurückhalten. Bei der Einordnung von Waymo muss man jedoch beachten, dass das Projekt bereits 2009 gestartet wurde. Zu diesem Zeitpunkt war beispielsweise Tesla nur mit dem Roadstar-Markt und das Model S sollte erst drei Jahre später das Licht der Welt erblicken. Heute ist Waymo eines der Unternehmen mit der meisten Erfahrung im autonomen Fahren auf öffentlichen Straßen und hat bereits Autos auf der Straße, welche komplett ohne Fahrer am Steuer auskommen. Auf Dauer soll jedoch tendenziell kein neuer Automobilhersteller geschaffen werden, sondern es soll in Richtung Service-Dienstleistungen, also im Prinzip einem autonom fahrenden Taxi gehen. Ein weiteres sehr spannendes Projekt trägt den Namen Malta. Dabei geht es darum, Energie umweltverträglich zwischenzuspeichern. Auf Dauer müssen wir auf erneuerbare Energien setzen. Das Problem ist jedoch, dass diese oft nicht gleichmäßig produziert werden kann. Die Produktion ist häufig davon abhängig, ob jetzt die Sonne scheint oder der Wind bläst. So kommt es dazu, dass in Kalifornien aktuell rund 30 Prozent der produzierten Solarenergie einfach in den Müll wandert, weil sie nicht genutzt oder zwischengespeichert werden kann. Zudem müssen dann bei Engpässen auch immer wieder klimaschädliche, mit fossilen Brennstoffen befeuerte Kraftwerke zugeschaltet werden. Zur Lösung des Problems entwickelt Malta einen kostengünstigen und umweltverträglichen Energiespeicher. Die Idee hinter dem System geht dabei zurück auf den Physiker und Nobelpreisträger Robert Laughlin. Die überschüssige, erneuerbare Energie betreibt eine Wärmepumpe, welche die elektrische Energie dann durch das Schaffen einer Temperaturdifferenz in thermische Energie umwandelt. Die Wärme dieses Prozesses wird dann in Form von geschmolzenem Salz gespeichert und die Kälte in einer bestimmten Flüssigkeit. Wenn wieder elektrische Energie benötigt wird, sorgt eine Wärmekraftmaschine dafür, durch den Temperaturunterschied der beiden Speicher wieder elektrische Energie zu generieren. Im Anschluss kann diese dann in das normale Stromnetz eingespeist werden. Im Moment arbeitet Malta an einem Pilotprojekt in einer Größenordnung, welche sich dann auf Dauer auch lohnen würde. Grundsätzlich kann die Technik überall auf der Welt eingesetzt werden, ist günstig und umweltverträglich. In einer Moonshot Factory darf natürlich auch kein Roboterprojekt fehlen. Mit dem Everyday Roboter Project möchte die X-Company einen Roboter entwickeln, welcher von jedem bedient werden kann und den Alltag der Menschen vereinfacht. Heute sind Roboter sehr teuer und meist sehr spezialisiert, wie beispielsweise in der industriellen Fertigung. Sie können einen Prozess super gut ausführen, sind aber in keinster Weise spontan oder anpassbar auf sich verändernde äußere Umstände. Genau dies sind die zwei Hauptprobleme, welche es zu lösen gilt, wenn man Roboter für den Alltag nutzen möchte. Zur Lösung arbeitet man auf der Hardware-Seite vor allem mit Kameras und Sensoren und auf der Software-Seite arbeitet das Roboterprojekt zusammen mit Google AI daran, dass Roboter von Menschen lernen können. Das ganze Projekt steckt aktuell aber noch in den Kinderschuhen. Erste Prototypen werden in den Büros von Elphabit allerdings schon getestet. Die Roboter sollen dort lernen, wie sie sich in einer dynamischen Büroumgebung mit Menschen bewegen und verhalten müssen und wie sie die Menschen optimal unterstützen können. Im Moment erledigen sie vor allem kleine Aufgaben wie das Sortieren des Mülls und sind darin laut eigener Aussage auch noch nicht besonders gut. Trotzdem ist man mit den ersten Ergebnissen wirklich zufrieden und forscht weiter, um die Roboter Stück für Stück besser zu machen. Tatsächlich waren diese drei Projekte nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem breiten Portfolio der X-Company. Neben den drei vorgestellten Projekten gibt es beispielsweise auch noch Projekte zur Optimierung der Landwirtschaft, zur Verbesserung des Stromnetzes, zu autonomen Lieferdrohnen, zu Internet-Ballons wie Starlink, zur Verbesserung der Gesundheitsvorsorge oder auch zu neuen Wegen zur Gewinnung von erneuerbarer Energie. Insgesamt befinden sich aktuell 17 Projekte in der Entwicklung. Aus Sicht eines Investors haben diese Projekte jedoch kaum einen wirklich positiven Einfluss auf Elphabit. Der Umsatz aller Projekte lag im vergangenen Jahr gerade mal bei 753 Millionen US-Dollar, dies entspricht 0,3 Prozent des Gesamtumsatzes. Noch kritischer wird es dann beim Gewinn. Operativ hat der Bereich nämlich im vergangenen Jahr rund 5,3 Milliarden US-Dollar Verlust eingefahren. Ich persönlich bin kein großer Fan von diesen Moonshot-Projekten. Ich bin Elphabit-Aktionär, weil ich das restliche Unternehmen extrem gut finde und nicht, weil ich unbedingt an den großen Erfolg der Moonshot-Projekte glaube. Trotzdem ist dieser Teil von Elphabit der beste Beweis für die Philosophie im Unternehmen. Auch die Google-Suchmaschine ist gestartet als wissenschaftliches Projekt, um ein Problem, was damals bestand, zu lösen. Dass daraus eines der größten Unternehmen der Welt entsteht, war nicht geplant und ohne die Denkweise, immer die Probleme der Nutzer lösen zu wollen, hätte man diese fast schon Monopolstellung wahrscheinlich nie erreicht. Unter dem Strich ist die Mentalität, welche die Moonshot-Projekte vermitteln, aus unserer Sicht daher deutlich wichtiger als der eigentliche finanzielle Einfluss auf das Gesamtunternehmen. Aber wer weiß, vielleicht hat man bei Elphabit ja Glück und findet wirklich in den nächsten Jahren the next big thing, wobei dieses natürlich wirklich sehr groß sein muss, um einen bedeutenden Anteil am Gesamtumsatz von Elphabit zu machen. Selbst die vielversprechende Cloud-Sparte kommt mit einem Umsatz von immerhin 19 Milliarden US-Dollar, aktuell nur auf einen Anteil am Gesamtumsatz von 7,5%. Falls dir das Video gefallen hat, würde es mich natürlich jetzt noch freuen, wenn du uns kostenlos mit einem Daumen nach oben unterstützen würdest. Feedback, Kritik und Anmerkungen wie immer gerne in die Kommentare. Und sonst bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal, hau rein und ciao!